Hallo Internet, danke dass du dir die Zeit nimmst dieses Video anzusehen. Call of Duty Cold War Ballistic Knife einfach erhalten. In Call of Duty Cold War hat mit Anfang der Season 3, das altbekannte Ballistic Knife seinen Einzug in den neuesten Ableger der COD-Reihe gefunden. Das Messer kann man ganz simpel bekommen. Was ist das Ballistic Knife? Das Ballistic Knife ist ein Messer, dies findet ihr bei COD-CW in der Waffenauswahl unter Spezial. In dieser Liste findet ihr auch den Granatwerfer und die Armbrust. Das ballistische Messer kann seine Klinge auf einen Gegner schießen und tötet diese mit nur einem Treffer. Die Klinge des Messers kann wieder aufgesammelt werden, natürlich könnt ihr das Knife auch zum Nahkampf nutzen. Diese Waffe hatte seinen Ursprung in Call of Duty, Black Ops und wurde daraufhin in jedes COD-Bo-Game eingefügt. Ballistic Knife im Multiplayer Nicht ganz so einfach ist es, das ballistische Messer im Multiplayer zu erhalten, dafür braucht ihr einen Kill mit einem Schuss und einem Nahkampfabschuss, ohne zu sterben. Dies müsst ihr in 15 verschiedenen Matches machen. Das klingt nicht nur sehr hart, sondern ist es auch. Ballistic Knife im Zombie-Modus Um das Messer im Zombie-Modus freizuschalten, Waffe kann auch im Multiplayer genutzt werden, braucht ihr 300 Nahkampf-Zombie-Kills. Packen an der Sachen, die Waffe muss episch, nieder, oder legendär, orange, sein. Mit kleinen Trick noch einfacher Auf TikTok habe ich ein Video gefunden, wo es noch leichter gehen soll, dies habe ich selbst getestet und es funktioniert noch. Ich habe es allerdings bei Ausbruch getestet, man benötigt zwingend eine epische oder legendäre Waffe. Startet mit dem Kampfmesser in eine Runde Zombies, sucht euch eine epische oder legendäre Waffe, egal welche, wechselt auf die Waffe und tötet Zombies im Nahkampf. Nach 300 Kills erscheint die Meldung, dass ihr das Ballistic Knife freigeschalten habt. Für mehr Tipps, besucht doch mal meinen Blog.